Musik 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 Das ist Lieb! Ja, Lieb, die Känserin! Herzlich willkommen in unserer Hauptstadt! Ich freue Sie mich hier begrüßen zu dürfen! Ich denke an eine atemberaubende Beziehung und Flitterware zwischen uns. Also zwischen uns als Ländern. Also es geht um Freiheit. Um seine Freiheit, um meine Freiheit. Wie viele Freiheiten gibt es denn? Jeder hat seine eigene. Es ist egal, ob wir uns erinnern. Wir sind größer als jede Erinnerung. Wir sind das Romantik-Chromosom in der Ursache. Wir sind Instinkte wie das Essen und der Herzstark. Und jede Meerjungfrau, die im hohen Seegras liegt und alleine nach Hause schwimmen muss, die ist glücklich dabei. Und sie weiß nicht warum, aber wir schon. Sophie! Lassen Sie mich durch! Das ist echt verborgen. Es ist mir egal. Ich bin von Leben. Und hier ist alles aus. Juni! Bitte! Warte!